Ona Batye Totti, die günstige Alternative zu Fumpong. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Die Spanisch-Profis dürfen gerne einen Kommentar da lassen. Ich habe sie für euch getestet und werde am Ende des Videos auch ein paar Worte zu Aubameyang POTM-SBC sagen. Ona Batye kostet nur die Hälfte von Fumpong. Leider hat sie harter Pass nicht als Playstyle Plus, sondern nur in Silber. Aus meiner Sicht der beste Playstyle, den ein Außenverteidiger haben kann. Dafür hat sie aber Jockey als Playstyle Plus und den Waschbären in Silber. Und darin liegt auch definitiv ihre Stärke gegenüber Fumpong. Defensiv ist sie überragend. Da sie etwas weniger Tempo als Fumpong hat, 95 ist immer noch ziemlich gut, würde ich Enka als Campstyle empfehlen. Und nach vorne hat sie natürlich nicht von Fumpongs Niveau, aber trotzdem ist sie da extrem stark. Super beweglich, richtig gutes R1-Dribbling. Und auch vor dem Tor ist sie für eine Außenverteidigerin ziemlich gut. Kommt sie in einen vernünftigen Spot, dann sitzt das Ding. Ihre Arbeitsraten sind perfekt, um die Linie hoch und runter zu marschieren. Einzig der Übersichtswert beim Passspiel stört mich ein bisschen, den hat man manchmal gemerkt. Aber wer nicht gerade in Münzen badet, Ona Batye ist eine super Alternative und völlig ausreichend eine klare Weiterempfehlung. Die Aubameyang SBC ist ganz nett, aber zu diesem Zeitpunkt nutzlos. Der hat zwar ein Upgrade auf 5 Sterne Weakfoot bekommen, aber der Antritt, die Beweglichkeit, das Passspiel, da kann ich nur sagen, lass die Finger davon. Das ist eine neue Aufmerksamkeit.